Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire's Dawn. Am Ende des letzten Teils hatten wir, des letzten Parts, hatten wir den ersten Kampf oder den ersten regulären Kampf. Wenn ich mich recht erinnere, ach nee, der Henker war noch davor als erster regulärer Kampf. Die Wachen waren ja ein Bug und ich hoffe, dass ich zur Mine jetzt rüberkomme, ohne allzu viele Kämpfe, aber das werden wir erst sehen. Okay, das ist ungewöhnlich, dass nicht so viele Kämpfe kommen. Seltsam. Das ist meine persönliche Silbermine. Silber? Du lässt Silber abbauen? Ja, ich weiß, es ist widersprüchlich. Wir bauen Silber ab und verkaufen es an die Menschen, um so Geld zu bekommen, dass wir wiederum ausgeben, indem wir uns von Menschen Dinge für uns kaufen. Ich verstehe gar nichts. Ihr tötet Menschen und ihr verkauft ihnen Silber. Nun ja, unter den Menschen gibt es Verräter. Menschen, die mit Vampiren handeln, um so zu Reichtum zu kommen. Und zu diesen Verrätern verkaufen wir auch unseren Silber und erhalten so unser Geld. Welches wir wiederum ausgeben, um zum Beispiel Blutränke zu kaufen. Die Verräter verkaufen Blutränke? Wo haben sie die denn her? Tja, es handelt sich hierbei um ein Gemisch aus Tier- und Menschenblut. Es gibt halt auch Menschen, denen Geld alles bedeutet. Dann gibt es also genug Vampire, die mit diesen Verrätern handeln? Nun, die Anzahl an Vampiren ist seit dem Heiligen Kreuzzug sehr gering. Doch sind sie sicher nicht ausgestorben. Wobei ich aber anmerken muss, dass ich schon lange kein Vampir mehr gesehen habe. Naja, und diese Verräter wirst du mir sicher noch zeigen, nehme ich mal an. Genau, doch jetzt wollen wir mit dem Oberaufseher sprechen. Die Mine wurde vor kurzem von den Menschen angegriffen und jetzt gibt es nur noch ein arbeitendes Geländ. Das abgebaute Silber wird übrigens in meinem Schloss kurz vor meiner Gruft gespeichert. Da holst du dein Silber immer ab. Richtig. Und dann bringe ich es zu den Menschenverrätern. Walner, du solltest aber wissen, dass der Verkauf von Silber ein zwiespältiges Geschäft ist. Die Menschen nutzen das Silber natürlich, um Waffen und Rüstungen herzustellen. Denn die Menschen machen sich wohl inzwischen Gedanken darüber, was mit ihren Speeren passiert ist. Die, die mir hier begutachtet haben, es ist sehr wahrscheinlich... Es ist wahrscheinlich unvermeidbar geworden, dass unsere Existenz bekannt wird. Bis dahin müssen wir aber stark genug geworden sein, um die Menschen aufhalten zu können. Aber die Menschen sind inzwischen deorganisiert, seit Vincent Weinhardt gestorben ist. Du scheinst dich ja gut auszukennen. Dafür, dass du nicht wesentlich älter bist als ich. Vergiss nicht, ich bin ein Vampir der ersten Generation. Ich bin wesentlich mächtiger als du. Ich bin auch wesentlich lernfähiger. Asuka brauchte nur wenige Stunden, um mir unsere Situation zu erklären. Hört auf, euch zu streiten. Wir regeln erstmal die Minenangelegenheiten. Dann gehen wir weiter nach Osten und starten der Stadt dort einen Besuch ab. Ähm, ich hab jetzt vergessen, mir einen Timer zu stellen. Verdammt. Ähm. Ja. Schauen wir mal. Ähm. Wieso ist jetzt die Framerate wieder eingeblendet? Das will ich gar nicht. Ähm. Kann ich die Ratte hier auch schnappen? Oh, diesmal macht's Walner. Hehe. Sehr lustig. Okay. Wir hören schon Geschepper. Ja, unser Arbeit-Diskalett. Sehr schön. Na, wie geht es, mein Junge? Wird schön viel selber abgebaut. Ja, Gebieter, die Arbeiter sind fleißig. Wollt ihr mal Arbeiter erschaffen? Also, ich denke, mehr Arbeiter werden gut. So sei es. Ich verwende fünf eurer normalen Seelenstände dafür. Ja, schon zwei. Ihr habt nun einen Arbeiter mehr, ja. Ich hätte Reimzüger. Mehr, ja. Na, wie geht es, mein Junge? Wird schön viel selber abgebaut. Ja, Gebieter, die Arbeiter sind fleißig. Wollt ihr mehr Arbeiter erschaffen? Ja, mehr Arbeiter werden. So sei es. Und deswegen habe ich vorher auch direkt zehn normale Seelenstände machen lassen. Ich hätte, glaube ich, auch 15 machen können. Ja, ich habe hier noch fünf normalen Seelen, aber... Ich denke, zwei zusätzliche Arbeiter sollten für den Anfang reichen. Und wer weiß, ob ich die normalen Seelen nicht irgendwann noch für irgendwas anderes brauche. Wir werden von einem Bär angegriffen. Oh, yeah. Wir haben ja solche Angst. Äh, der weicht aus. Der verdammte Bär weicht aus. Okay, was habe ich hier? Menschen aussaugen, Menschen in den Dingen umwandeln. Na, du willst doch überleben, oder? Als Vampir brauchst du Blut. Ich kann das nicht. Menschen aussaugen. Du bist wirklich schwach, Walner. Und glaube mir, wenn du dich weigerst, Blut zu trinken, wirst du unvorstellbare Schmerzen erleiden. Und wenn der Blutvorrat deines Körpers fast verbraucht ist, wird sich dein Körper auch nicht mehr von selber heilen können. Vielleicht will ich das ja gar nicht. Vielleicht will ich ja sterben. Vielleicht will ich kein Vampir sein. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Walner, du wirst es wollen. Nein, die Schmerzen bei Blutmangel steigen ins Unermessliche. Und der Tod wird bestimmt nicht die Erlösung sein. Denn wenn Vampire sterben, steigen ihre Seelen bestimmt nicht in den ach so schönen Himmel. Nein, ihre Seelen werden verwandelt in Blutgeister. Geister, die sich, äh, die noch schlimmer dran sind als normale Gespenster, die auf der Suche nach Erlösung sind. Blutgeister erleiden Qualen, die nie ein Sterblicher fähig wäre zu spüren. Das Schmerzpotenzial ist viel zu groß. Was? Glaube mir, der Tod würde alles nur noch schlimmer machen. Na schön, das sind ja tolle Schauermärchen, die du mir da erzählst. Und ich glaube dir kein Wort. Früher oder später wirst du es einsehen. Aber ein Vampir stirbt nicht so schnell. Wenn seine Lebensenergie verbraucht ist, fällt er zunächst in Starre. Dies ist ein Zustand, der der menschlichen Ohnmacht gleicht. Und du kannst nichts mehr machen und nimmst deine Umwelt nicht mehr wahr. Und du kannst nur hoffen, dass dir jemand schnell etwas Blut zuflößt oder dass dein Körper noch genug Blut hat, um sich selbst zu heilen. Du solltest aufpassen, dass du immer genügend Blut zu dir nimmst. Wenn dein Blutgehalt zu niedrig ist, verfällst du in pure Radrei. Ein ziemliches Problem aller Vampire. Na schön, ihr sagt noch etwas von Menschen in Dinge verwandeln. Ja, es gibt einen Zauberspruch, der es dir ermöglicht, alle Menschen in einem für dich nützlichen Gegenstand zu verwandeln. Dadurch erhalten Menschen irgendwie einen gewissen Wert. Findest du nicht? Das ist absolut unmenschlich. Du kannst es ja auch lassen. Du ach so menschlicher Vampir. Jedenfalls kannst du jeden Menschen verwandeln, wenn er nicht einen magischen Schild gezaubert hat. Du kannst auch Händler verzaubern. Die bringen auch schöne Gegenstände. Aber dadurch kannst du natürlich auch nichts mehr kaufen. Also, ich zeige dir jetzt, wie der Zauber funktioniert. Also, pass auf. Ah, aha. So geht das. Du hast gelernt, wie man Menschen in Dinge verwandeln kann. Aber fällt es nicht auf, wenn hier plötzlich Menschen verschwinden? Oder wenn ich gesehen werde? Ach, wenn man dich sieht, weil, na, werden die Menschen nicht sofort wissen, dass du ein Vampir bist. Deine Vampirale Aura lässt dich für die Menschen ganz normal aussehen. Aber es ist natürlich nicht ganz ungefährlich, wenn du Menschen aussaugst. Wenn du gesehen wirst, kann dich auch deine Aura nicht schützen und die Menschen wissen, was du wirklich bist. Deswegen, oh Telefon. Ähm. Deswegen gebe ich dir den guten Rat. Wenn du Ärger vermeiden willst, sauge die Menschen nur bei Nacht aus. Die Nachts sind die Menschen wesentlich schlechter und man wird dich kaum entdecken. Ich sollte noch erwähnen, dass du Menschen nur zweimal aussaugen kannst, beim dritten Mal sterben sehen. Obwohl das natürlich auch nicht schlecht ist, da du dann noch eine weitere normale Seele erhältst. Nachdem du einen Menschen ausgesaugt hast, kannst du seinen Herzschlag hören. Daran erkennst du, wie viel Blut dein Mensch noch hat. Je schneller der Herzschlag, umso weniger Blut besitzt dein Opfer noch. Wenn du deinen Opfer aussaugst, erhöht sich dein Blutpegel um einen Wert, der von deinem Opfer abhängt. Erwachsene haben mehr Blut als Kinder. Männer mehr als Frauen. Im Normalfall jedenfalls. Wenn du erst viel Blut benötigst, sauge vor allem männliche Erwachsene aus. So brauchst du nicht so viele Opfer auf einmal. Außer du wirst natürlich noch mehr Seelen bekommen. Aber was ist mit den Menschen, die ich gebissen habe? Werden die nicht laut schreien? Nein, sobald du sie gebissen hast, lähmt dein Biss in den Körper deines Opfers. Wenn du den von deinem Opfer ablässt, wird er es für einige Zeit benommen sein und sich dann an nichts mehr erinnern. Und was ist mit den Menschen, die einfach so verschwinden? Nun, da musst du natürlich geschenkt vorgehen. Lass dich nicht dabei erwischen. Und wenn du entdeckt wirst, töte alle Zeugen. Also sollte ich die Menschen auch nur bei Nacht verwandeln, richtig? Richtig. Na schön. Und was sollten wir jetzt in dieser Stadt? Na, sie erkunden. Du warst hier doch schon. Äh, doch noch nie. Rede mit den Menschen. Sauge sie aus. Verwandle sie. Teste, was ich dir gezeigt habe. Okay. Ähm... Aber ich will mal etwas wissen. Ich hoffe, das war noch nicht jetzt. Ansonsten muss ich eventuell noch etwas trainieren. Aber das mache ich dann zum Teil offscreen, sag ich mal. Also so, dass ihr es nicht seht. Welch ihr sind, der Menschheit zu glauben. Sie seien das Höchste auf Erden. Ja, lieber mal abspeichern. Okay, es ist jetzt schon. Ich teste einfach mal, ob ich schon stark genug bin. Ansonsten habe ich halt ein kleines Problem. Ähm... Ach, verdammt. Ich sollte das vielleicht auch vorlesen. Selbst wenn es nicht klappt, dann... Oder... Wisst ihr was? Nee, ich... Ich level lieber noch ein bisschen. Auf, sagen wir mal... Level 3 oder so. Ich denke, das sollte schnell gehen. Ähm... Genau. Und noch ein. Genau. Ja, dann geben wir ein bisschen Blutsaugen. Den zweiten, den ersten. Den sollten wir jetzt eigentlich lang, lange fertig gemacht haben. Jawohl, der stirbt. Deiner hat noch geblüht. Das brauchte auch. Und der stirbt. Der Feuerball und das Blutnummern durch Saugen haben ihre Wirkung entfaltet. Wie viel Erfahrung habe ich jetzt? Noch nicht genügend. Aber das können wir gleich ändern. Stefan, kommen hier noch so viele Gegner. Das ist ja unglaublich. Einfach mal draufhauen. Und... Ja. Ob ich am Anfang den Easy Patch installiert hatte, wusste ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Weil ich das schon eine Weile auf meinem Rechner hatte. Na, wie viel noch? Okay, ein Gegner geht noch. Na, ich sagte, ein Gegner geht noch. Jawohl. Mit dem hauen wir jetzt richtig schön eine rein. Gut, nein. Brauchen wir gerade nicht. Obwohl... Mal testen, wie viel das heilt. Ist immer gut zu wissen, was die Fähigkeiten können. Äh... Ja. Ja, komm. Nickel Blut. Oh, oh, scheiße. Einer fällt in Starwelt. Das ist gar nicht gut. Okay. Okay. Das ist blöd. Aber den einen Goblin, den kriegt man auch zu zweit noch, glaube ich. Und dann... ...kriegt man den Weiler auch gleich wieder aufgepäppelt. Jo. Ach, komm, jetzt macht das blöde Blut doch mal fertig. Kann doch nicht so schwer sein. Meine Güte. Endlich. Das Blut eurer Gegner. Bedeckte. Oh, acht Erfahrungen. Und eine schwache Szene. Lane Level 2. Ja, Aska. Äh, nicht Aska. Walna leider nicht. Gerade der, wo ich es eigentlich wollte. Hm. Blöd. Dumm gelaufen, das ist. Naja. Walna hat sich halt gedacht, Ladies first, hm? So schaut's aus. Und ich glaube, hier unterhalb des Schlosses gab's auch eine geheime Höhle. Aber das werde ich gleich dann nachschauen. Walna müsste ich es wenigstens eher ein paar Leben wieder haben. Weil, ähm... Ja, sie fallen ja erst in Starre und sterben nicht direkt. Das wissen wir ja. Und... Ach, muss ich da unten rein. Da drin soll ich schlafen? Alle Vampire tun das. Kein Vampir würde freiwillig in einem Bett schlafen. Außerdem können in einem... Nur in einem Sarg die Kräfte eines Vampirs sich vollkommen regenerieren. Wobei allerdings nur die körperlichen Wunden geheilt werden. Das Blut kann natürlich nicht regeneriert werden. Deswegen muss die Leute ihren Lebenssaft entziehen. Na schön. Dann wollen wir mal... Ja. Es gibt zum Glück mehr als genug Menschen, denen man ihren Lebenssaft entziehen kann, wie es Asuka so schön nennt. Ähm... Ja, dann zeig ich mal noch schnell, was es mit dieser Truhe auf sich hat. Hm. Was ist das für eine Kiste? Das ist eine der seltenen Elras-Kisten. Sie sind magisch verschlossen worden. Die Elras waren eine Gruppe von Magiern, die mit diesen Kisten ihr Hab und Gut beschützten. Beschützten? Ja, denn diese Truhen lassen sich nicht auf normale Art öffnen. Genauer gesagt, öffnen sich diese Truhen nur, wenn derjenige, der sie öffnen will, eine bestimmte Intelligenz hat. Denn die Gegner der Magier waren dumme Krieger und Diebe. So konnten die Elras sicher sein, dass ihre Besitztümer nie von ihren Gegnern gestohlen werden konnten, da diese die Truhen nie öffnen konnten. Wenn es jemand mit Gewalt versucht, so kommt er meist dabei um. Ich habe es selber schon mal ausprobiert, da ich eh nicht sterben kann, aber ich hatte höllische Schmerzen. Heute sind in der ganzen Welt vereinzelt solche Truhen versteckt. Du kannst sie nur hoffen, dass du klug genug bist. Ansonsten wirst du wohl nie den Inhalt zu Gesicht bekommen. Hm, lässt sich nicht öffnen. Ja. Ich hatte es euch doch versprochen, dass ich euch das noch zeigen werde. Und, ähm, eigentlich müssten die jetzt alle wieder volle Leben haben, ganz genau. Äh, ach, ich wollte noch was anderes gucken. Wo wir doch gerade beim Schloss sind. Äh, aber ich habe echt vergessen, mir den Timer zu stellen. Das ist ungünstig. Ich weiß jetzt echt nicht, wie lange der Part schon läuft. Äh, 20 Minuten, okay. Ich kann hier erst mehr als 15 Minuten hochladen, deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein. Und deswegen werde ich diesen Part hier jetzt auch erstmal beenden. Und dann sieht man sich das nächste Mal, wenn Evidence wieder heißt Let's Play Vampire Storm. Ciao. Ciao.